Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Volk und Watch Out! So, ich lasse mal Kineska jetzt hier ein bisschen arbeiten. Um zu nehmen, ob ich seine Schusskünste habe. Was haben wir? Das gibt es auch gerade gar nicht. Du machst das schon wieder. Warte mal kurz, wie viele Punkte habe ich hier gerade? Kampf. Kann ich irgendwas machen? Pistolen-Experte. Was ist das hier? Das hilft mir jetzt nicht so weiter. Hacken, Fahren, Hergestelltes. Kann ich hier noch irgendwas mitmachen nebenbei? CDO-Scan. So, jetzt haben wir ein bisschen was ausgegeben. Was ist das? Ah, T-Bomb, ich folge doch immer. Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar? Ja. So, wir bleiben jetzt nicht mal hier hinter. Verteidigungsgebung. Was? Alles klar. Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Du hast die Fallen aus. Ja. Okay. Hey! Mitgast! Ahaha! Hey! Wir brauchen noch ein paar Leute! Was den Unterholz gekraben? Hey! Hattest du gesehen? Das war mein Schwack! Wo wollen Männer? Oh nein nein nein! Nein, 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 komm mal. Falle, falle, falle. So, was können wir jetzt noch machen? Da war eine Falle. Oh, mir fällt er da nicht hin, oder was? Scheiße, Mann. Warte mal. Gute meine Handgranaten. Es steht der Granaten da. Alter, nein. Kann uns ruhig jetzt mal drüber bleiben? So, er ist auch weg. So, wie sind wir hier? Die Bombe, wo ballerst du grad wieder hin? Das ist hier nicht mal, wo du hinballerst. Geht mir die Falle dazu nicht? Alter, wenn ich die Falle aktiviere... Hier? Hier ist noch richtig einer, ne? Warte mal. Kann ich den so irgendwie? Mal hier runtergehen? Hey, den! Bewegt deinen Arsch! Das kann noch nicht sein! Okay! Die Ruhe läuft hier! Alles sauber! Boah, Junge, Junge, Junge! Eine verkabelt! Bleibt noch eine! Der Sprengzünder braucht ein paar Sekunden. Wenn du ein Feuerwerk willst, müssen wir kurz warten. Die dürfen noch nicht kommen. Halt sie zurück! Ah, klar. Ich soll wieder hier die Drecksarbeit machen, ne? Wer kommt denn? Hab fast geschafft! Ich bin nicht glücklich im Moment. Nicht glücklich! Ich auch nicht. In der Schurtreffahrt. Verdammt! Der Auftrag ist noch offen! Will jemand... Geht klar! Der ist nicht tot. So. Wir brauchen hier mehr Leute! Wir brauchen hier. Nach dort. Oh man, ich bin gerade irgendwie in ganz strecken Position. Oh man, ich bin gerade hier. Oh man, ich bin gerade hier. Oh man, ich bin gerade hier. Aber es rängt hier los. Noch 100. Versuche das auf diese Art und Weise. Auf die Falle, ich zeige. Das sind einfach zu viele, dagegen kannst du nicht agieren, ganz ehrlich. Jetzt war alles von vorne oder was? Alles sauber. Nein, guter Dank. Bleibt noch eine. So, warte mal. Was haben wir hier noch alles im Brett um? Wenn du ein Feuerwerk willst, müssen wir kurz warten. Die dürfen noch nicht kommen. Halt sie zurück. Wer kommt denn gerade? Ganz ruhig, die Bomben. Wir machen das hier irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Komm, wo. Ich bin nicht glücklich im Moment. Nicht glücklich. Ich brauche Hilfe. Hier entlang. Ich muss irgendwie wieder nach oben. Scheiße, ey. Ja, mir geht's wahnsinnig gut gerade. Alter, warte mal. Ich kann gerade nicht zielen. Das ist mein Problem. Wieso kann ich gerade nicht ballern? Oh, Alter. Ganzhaft. Alter, weil ich jetzt hier unten bin, kann ich nicht ballern, ne? Ja, ganz geil. Ganz, ganz geil. Scheiß, Mann. Boah, Alter, diese ganze Mission geht mir so auf die Eier, Alter, ganz ohne Witz. Gegen Millionen von Gegner, Alter, Call of Duty Krankheit. Alles sauber. Eine verkabelt. Bleibt noch eine. So ein Sprengzinder braucht ein paar Sekunden. Wenn du ein Feuerwerk willst, müssen wir kurz warten. Die dürfen noch nicht kommen. Halt sie zurück. Hab's fast geschafft. Alles okay, Mann? Ich bin nicht glücklich im Moment. Nicht glücklich. Ich brauche Hilfe. Jetzt sollen wir mal jetzt ganz ruhig hinterbleiben. Mir geht's wahnsinnig gut, Timon. Oh, warte mal hier. Wir müssen hier in Deckung bleiben. Bis ich wieder 100% bin. Komm mal da raus, zeig dich. Komm, zeig dich. Warte, so. Perfekt, Deckung. Ich komm, ich komm nicht weg. Puh, was hier passiert. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Schnell. Das ist nicht persönlich. Der ist auch weg. Ja, das ist gut. Ich bin hier rechts. Der ist auch weg. Nein, der ist nicht weg. Der ist weg. Warte mal, ich komme von oben. Alter. Alter. Halleluia und sie werden immer mehr. Der kommt ja nie an. Ich kann nicht machen was ich will. Ja Leute und ob ich das schaffe, ist es in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein.